Der Feinrip Adventskalender. Schlechte Witze, schlecht erzählt. Könnt ihr euch noch erinnern, den 90er? Wann? Ich kenn den 90er. Ja, da war ich gerade im Kindergarten. Genau. Nee, Quatsch. In den 90er haben wir Appelkorn gesoffen. Kennt ihr das noch? Ja. Und jeder hat schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, oder? Es ist nämlich so, dass Appelkorn ist so wie das Leben ungefähr. Ja. Okay, ein Witz. Das war kein Witz, das könnt ihr vergessen. Ach so, das war gar kein Witz. Nein, das war kein Witz. Wann hast du das jetzt erzählt, Monchi, ganz kurz? So, das war so eine Anekdote zwischendrin. Also, jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Witz. Ja, genau. Und dann, das war gar kein Witz. Also, wir haben ja Witze zugeschickt gekriegt. Und ein Witz, das war sogar der erste, wo wir zugeschickt gekriegt haben, geht's folgendermaßen. Gehen zwei Zerstacher durch den Wald und treffen den Igel. Und dann sagt der eine Zerstacher zum anderen, hey, ich wusste gar nicht, das ist doch sogar ein Busfahrter. Okay, war scheiße erzählt. Ja, doch, jeder war ich. Monchi, jetzt sei es so gut. War gut, war gut. Ich fand es gut, danke schön für die Eissendung. Du bist der größte, Monchi. www.palzrock.de